Hi Lotte, du bist heute der Haupt-Act beim Kultursommer in Oldenburg. Magst du uns kurz erzählen, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst? Ja, voll gerne. Ich bin Lotte, ich bin 23 Jahre alt und mache Musik. Musik ist mein Tagebuch, mein zurzeit auf jeden Fall mein Ein und Alles. Da verbringe ich alle Zeit mit und jetzt gerade sind wir auf Festivaltour und freuen uns riesig, heute hier zu sein in Oldenburg. Ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass dein Name auch immer mit Lotta von Astrid Lindgren verglichen wird und da steht, dass du ein Mädchen bist mit aufgeschlagenen Knien. Wie sehen deine Knie heute aus? An dem Knie habe ich eine Nabe, an dem keine. Ich werde oft mit dem Mädchen Lotta oder mit diesem doppelten Lottchen oder mit diesem aufgeschifften Kniemädchen so verglichen, weil mein erstes Album auch querfeldein heißt. Da geht es eben darum, alles auf eine Karte zu setzen, allen Mut darauf zu setzen, was die Träume einem sagen, was ich gerade auch tue. Ich lebe gerade meinen Traum, wo ich sehr dankbar für bin, einfach nur Musik machen zu können. Ja. Mit welchen drei Begriffen würdest du dich ganz grob beschreiben? Wenn ich mich mit drei Begriffen beschreiben müsste, wäre das lebensfroh, emotional und wahrscheinlich musikalisch, weil das ist, was ich mache. Wie sieht es mit deiner Musik aus? Treffen diese drei Begriffe auch auf die Musik zu? Oder würdest du da ganz andere Begriffe wählen? Wenn ich auf meine Musik schaue, dann trifft emotional, glaube ich, auf jeden Fall zu. Das ist ja auch mein emotionales Ventil, die Musik. Musikalisch, ja, ich hoffe, dass meine Musik musikalisch ist. Lebensfroh auch, doch, ich glaube, im Herzen schon. Aber ich schreibe auf jeden Fall gerne eben auch Texte, die so manchmal so ein bisschen in Melancholie fallen oder sehr nachdenklich sind. Aber im Endeffekt sind sie sehr lebensbejahend. Du machst seit deinem 13. Lebensjahr Musik, habe ich gelesen. Wie kommt es dazu und woher kommt dieses große Interesse deinerseits zur Musik? Ich mache Musik schon von Kindesbein an, weil in erster Linie meine Eltern mir einfach ein Instrument in die Hand gedrückt haben. Mit mir mach mal, das war irgendwie so ein Ding bei uns. Alle Kinder haben Musik gemacht. Für mich ist es aber immer wichtiger geworden, vor allem auch mit den ersten Songs, die ich selber geschrieben habe, wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass Musik so mehr für mich sein kann als nur ein Hobby. Und es ist geblieben. Und geht es in deinen Songs? Meinen Songs schreibe ich autobiografisch, heißt alles, was in meinem Chaos-Leben, in meinem Chaos-Herz stattfindet, packe ich eben in Lieder rein. Und demnach geht es viel um Liebe, viel um Menschen, denen ich begegne, Zwischenmenschliches. Noch recht wenig politisch, mal gucken, vielleicht geht da noch was. Ja, dein Album Querfeld 1 ist jetzt gespickt mit Songs, die ins Ohr gehen. Hast du irgendeinen Song vom Album, wo du sagen würdest, den verbinde ich mit was ganz Besonderem und was ist die Geschichte dahinter? Es ist schwer zu sagen, welches so ein Lieblingssong wäre auf dem Album, aber ein Song, der auf jeden Fall immer wieder sehr, sehr nah ist, ist Du Fehlst. Du Fehlst habe ich damals geschrieben, als ich noch ganz alleine mit Gitarre auf der Bühne stand und vor verschiedenen Künstlern wie Max Giesinger, Johannes Erding Musik gemacht habe und eben auch ganz alleine Musik gemacht habe. Und den Song habe ich dann aber eben auch mitgenommen ins Studio und jetzt spielen wir mit Band und wir spielen ihn ganz, ganz anders, als er früher mal war. Und das ist so der Song, der für mich so den Prozess der letzten drei Jahre so gut beinhaltet. Du hast gesagt, dass du mit berühmten Musikern wie Max Giesinger zum Beispiel auf der Bühne standst. Wie fühlt sich das an, mit so prominenten Musikern zusammenzuarbeiten? In erster Linie war ich vor allem einfach nur eine Vorband von solchen Künstlern, was mich voll gefreut hat, weil es eine riesige Chance war, einfach Menschen kennenzulernen, irgendwie auch Publikum kennenzulernen, Fans vielleicht zu finden, aber auf die Dauer sind das richtige Freundschaften geworden. Wir wohnen alle, also Max und Erding zum Beispiel und ich wohnen alle in Hamburg und das ist dann schon schön, wenn man weiß, hey, da kann ich immer anrufen, wenn ich eine Frage habe oder für mich ist ja gerade alles neu. Ich mache gerade alles zum ersten Mal, das erste Mal ein eigenes Album, das erste Mal jetzt das zweite Album, das erste Mal auf eine eigene Tour gehen und da so Menschen an der Hand zu haben, die einem so ein bisschen den Weg zeigen können, ist sehr schön. Wie war das beim ersten Mal beim Songschreiben? Wie sind deine Songs entstanden? Wie passiert das heute und woher nimmst du die Inspiration? Meinen ersten Song habe ich mit 13 Jahren geschrieben. Damals war es einfach nur so, boah, ich bin das erste Mal verliebt, ich weiß nicht wohin damit und dann eben Songschreiben heißt Inspiration und ist immer irgendwo das, was ich oder was sehr, sehr gute Freunde von mir erleben, das sind die Texte und inzwischen, wenn ich Song schreibe, gehe ich gerne getrennt an Text und Melodie ran, das heißt irgendwo im Zug unterwegs oder sowas entsteht ein Text, eine Idee, ich schreibe das auf, ganz viel auf dem Laptop und dann kommt die Gitarre dazu, das Klavier dazu, gerne auch ein Co-Writing heißt irgendwie, ich setze mich mit einem Produzent zusammen, der dann irgendwie noch einen geilen Schlagzeugbeat eintrummelt oder so. Ja, das ist immer wieder, immer wieder ein Wunder. Wie viele Instrumente spielst du? Nichts. Flick. Ich spiele von Anfang an Gitarre und singe, also ich habe auch ganz lang klassisch gesungen und jetzt spiele ich noch Klavier nebenher und ja, probiere mich so ein bisschen an verschiedenem, aber eigentlich auf der Bühne nur Gitarre und singe. Wenn du Privatmusik hörst, was hörst du dann? Privat höre ich zurzeit sehr viel englischsprachige Musik, eigentlich fast nur alles, was so im Indie-80s-Bereich gerade stattfindet, irgendwie so The 1975 zum Beispiel oder was gibt es dann noch? The War on Drugs, aber auch Standardsachen von früher, so ich habe als Kind meinen Eltern Beatles und ABBA gehört und das ist manchmal schon auch ganz schön. Inwiefern nehmen andere Künstler Einfluss auf das, was du machst? Inwiefern nehmen andere Künstler Einfluss? Ich höre sehr viel Musik und ich höre auch sehr viel verschiedene Musik. Ich höre auch gerne mal Hip-Hop oder mal ein bisschen was Härteres, was in so Rock-Punk-Bereiche geht und versuche da einfach so für mich rauszufinden, was mir gefällt und ich höre gar nicht unbedingt immer nur eine Band. Also es gibt dann schon Sachen, die ich verhäuftigt oder viel mehr höre, aber ich höre ganz viel Verschiedenes und das findet sich dann irgendwo in meiner Musik wieder, denke ich schon. Also eher passiv? Genau, also ich setze mich nicht hin und höre mir einen Song an und sage so, boah, das finde ich gut, das will ich eins zu eins nachmachen, weil darum geht es ja nicht. Eigentlich will man immer was Neues generieren, was Neues schaffen, irgendwie was Neues kombinieren, was dann wieder was Neues ist und deshalb ist es, glaube ich, mehr ein unterbewusster Prozess. Fällt dir das schwer, auf neue Ideen zu kommen oder ist es eher ein Gefühl, dass das alles aus dir raus sprudelt? Es fällt mir nicht schwer, auf neue Ideen zu kommen, weil im Endeffekt einfach tatsächlich, dass das irgendwie mehr stattfindet und ich schreibe einen Song und dann in dem Schreiben überlege ich auch nicht so, boah, ist der Song jetzt gut genug oder ist er irgendwie noch nicht fertig oder so, sondern ich schreibe einfach, wie es sich richtig anfühlt. Das ist, glaube ich, eher im Nachhinein dann so, dass man dann doch kritisiert oder eben schaut so, boah, ist der Song nicht vielleicht zu sehr wie bla 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 oder ist er nicht so sehr, wie ich es eigentlich wollte oder ist er zu langweilig oder, ja, was den Song betrifft, das ist, glaube ich, sehr unkompliziert, aber wenn man dann Richtung Sounds geht, dann wird es schwieriger. Also wenn man sagt so, soll mein Album eher so ein Singer-Songwriter-Album sein oder werde ich vielleicht ein bisschen rockiger oder so, das ist dann, das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die sich nicht so leicht verhindert. Ja, das glaube ich dir. Du gehst jetzt gleich nach draußen auf die Bühne und willst Oldenburg begeistern. Was ist dein Erfolgsrezept, um die Leute zu packen? Ich glaube nicht, dass es ein ultimatives Erfolgsrezept gibt, aber was einem auf jeden Fall die Zeit so sehr schön und so wertvoll macht. Im Endeffekt ist es ja auch, es könnte auch heute meine letzte Show sein, deshalb will ich eigentlich jeden Moment davon genießen und was ich immer tue und was die Menschen meistens auch mit mir tun, ist, dass man einfach versucht, so alles andere auszublenden. Dass man irgendwie gestern vergisst und morgen vergisst und einfach nur so diese, was sind das, eineinhalb Stunden heute genießt und irgendwie so sich in die in so einen so tief reinfallen lässt, wie irgendwie möglich. Heißt das, du lebst für den Moment? Ja. Wie sehen deine Zukunftspläne aus? Das war eine dumme Antwort, damit kannst du nichts anfangen. Vollkommen in Ordnung. Meine Zukunftspläne, es ist offen. Ich habe da gestern wieder drüber nachgedacht, wenn man sich ja doch immer so dem deutschen Modell nach Gedanken macht, so, boah, so muss es sein und dann geht es so weiter und das ist mein Plan und irgendwie habe ich keinen Plan. Ich mache jetzt ein Album gerade, ein zweites und da weiß man aber auch nicht, wo es hinführt. Wie du schon gesagt hast, es ist schwer irgendwie so rauszufinden, wie soll es überhaupt klingen, wo soll es hingehen. Es ist gerade alles sehr, sehr offen und es fühlt sich gut an. Weiter Musik machen, gucken, wo es hinführt. Wie weit bist du mit deinem neuen Album? Ich schreibe gerade sehr, sehr viel fürs zweite Album, aber wann es fertig sein wird, ist es so offen. Mal gucken, wenn es fertig ist. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen fürs neue Album und für gleich für den Auftritt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und toi toi toi. Danke, die hat mich gefreut. Danke, die hat mich gefreut.